Eine Sternenstunde im Europapokal. Edgar Schmitz, das ist nicht möglich. Da ist Fabius Schwein in der Bundesliga. Der Isargräfe ist ein Rieser. Der gibt den Hafer und wie. So, es ist Juni, der 17. um genau zu sein, mitten im Sommer, mitten in der Sommerpause, aber das heißt nicht, dass wir uns nicht zu Wort melden. Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier spricht der Niklas und ihr hört eine weitere Ausgabe unseres KSC-Fan-Podcasts, die Wildpark-Brodler. Auch in der Sommerpause beschäftigen wir uns natürlich mit dem KSC, auch wenn es uns sehr gut getan hat, mal ein paar Tage und Wochen nicht über Fußball zu denken beziehungsweise nicht über den KSC und die 2. Liga, sondern uns auch da mal eine kleine Auszeit gönnen. Boris, du siehst den Hut auf. Ist Schanz auch nicht bei dir gerade, oder? Ja, wie immer. Es ist einfach brutal heiß und ich habe gehört, dass auch unsere Hitzewelle zu euch nach Deutschland gekommen ist. Also der Sommer ist da und der Sommerhut, der ist auch da, der Fischerhut, wie es sich gehört. Und ja, genießt ein wenig die Sommerpause und geht aber schon relativ schnell wieder los. Ja, also bei uns hier in Dullach brennt auch die Sonne runter. Ich bin gerade bei meinen Eltern und auch hier ist echt Schwimmbadwetter angesagt. So wie es bei dir wahrscheinlich das ganze Jahr über ist, so ist es bei uns jetzt auch endlich mal. Und ja, hier ist Schwitzen angesagt. Schwitzen war ja auch schon beim KSC angesagt. Trainingsauftakt ist ja schon rum, auch wenn das noch nicht die komplette Mannschaft ist. Ja, direkt mit der ersten Hiobsbotschaft. Felix E. Urere hat sich auch verletzt. Also Baustelle und Baustelle bei uns gerade, das wollen wir auf jeden Fall gleich noch thematisieren. Wir haben ja einen weiteren Gast heute dabei in der Sendung. Mirko Drotschmann, aka MrWissen2Go, war wieder mit dabei. Hat sich die Zeit genommen und hat ihn auch sehr gefreut, mit uns mal wieder über seinen KSC zu quatschen. Hat großen, großen Spaß gemacht. Cooles Gespräch gewesen. Du konntest aber leider nicht dabei sein, Boris. Nee, leider nicht. Wie es halt so ist, schaffe, schaffe, Häusle baue. Manchmal geht es halt nicht zu der Uhrzeit, wie es der Gast kann. Von dem her war ich leider nicht dabei. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet gleich was sehr Schönes erzählen, ein bisschen über den KSC sprechen. Ich bin mir sicher, Mirko will auch ein paar Sachen sich vom Kopf oder vom Herzen reden. Sorum war ja schon eine Weile her, seitdem er bei uns war, zu Gast und ist ja bekannterweise ein großer KSC-Fan. Von dem her, seid gespannt, wenn Niklas und Mirko ein wenig über den KSC reden. Genau das machen wir jetzt. Ihr hört jetzt den Part mit Mirko und dann werden Boris hinterher auch nochmal auf euer Feedback eingehen. Wir hatten euch ja auf Instagram gefragt, was ihr zu den ersten vier Partien seid, die seit heute, es ist Freitag, der 17. Juni, seit heute 12 Uhr bekannt ist. Denn der Spielplan ist raus und wir werden auf jeden Fall danach noch einen kleinen Ausblick geben auf die ersten vier Partien, was uns da erwartet. Und deswegen seid gespannt, bleibt dran. Jetzt erstmal der Part mit Mirko. Viel Spaß damit und bis gleich. Ja, hi Mirko. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mal wieder bei uns zu Gast zu sein, hier bei uns im Podcast. Ich habe mal nachgeschaut, es war der Januar 2021, da warst du es allererste Mal bei uns. Das ist schon eine richtige Weile her. Ja, danke für die Einladung und sorry, dass es jetzt dann doch so lange gedauert hat. Ihr habt ja immer mal wieder gefragt und blöderweise hat es dann immer nicht geklappt, weil irgendwas war. Aber jetzt haut es hin und ich freue mich wieder dabei zu sein. Ich freue mich auch sehr, dass du wieder hier bist und vielleicht wollen wir mal zum Beginn der Sendung so nochmal ein bisschen zurückblicken auf die vergangene Saison. Unterm Strich wurde es für den KSC Platz 12 und wir sind bis ins Viertelfinale vom DFB-Pokal gekommen. Wie würde denn so dein Saisonfazit jetzt aussehen im Nachhinein? Ja, das mit dem DFB-Pokal, das war schon echt ein Riesen-Highlight und dann ganz bitter schon wieder gegen HSV. Das ist natürlich echt doof gewesen, da war schon mehr drin, vor allem nach der 2-0-Führung, aber letztendlich ist es trotzdem ein Riesenerfolg gewesen. In der Liga muss ich sagen, da habe ich mich schon geärgert. Also das lief gerade in der zweiten, also in der Rückrunde, ich wollte schon sagen in der zweiten Halbzeit, in der Rückrunde echt so, so dass man manchmal sich nur die Haare gerauft hat und gedacht hat, was macht ihr denn da, was soll das? Und sind immer in Rückstand geraten müssen und so und ja, der 12. Platz war ja dann auch relativ glücklich, es hätte auch noch der 15. sein können und das wäre auch verdient gewesen, muss ich sagen. Also für die Null-Bock-Leistung, die da manchmal erbracht wurde, diese Schlaftabletten-Leistung in der ersten Halbzeit, ja, also da war ich schon am bruddeln. Ja, absolut, also der Boris hat es mir auch geschrieben, wenn das jetzt so weitergeht und Platz 15 wird es am Ende, das wäre schon richtig, richtig mies, auch gerade im Hinblick auf den DFB-Pokal, weil dann landet man im anderen Topf. Ja, das war einfach echt mies und so ein bisschen hinten raus hatte ich immer gesagt, wenn wir jetzt wenigstens die letzten zwei Heimspiele da noch einen Heimsieg geholt hätten, dann wäre es für mich fast schon eine gute Saison. Aber wir hatten jetzt beide auch das Fazit so ganz okay, weil es hinten raus einfach echt hanebüchig war. Auch die Ergebnisse, zu Hause gegen Regensburg, zu Hause gegen Ingolstadt, 0-2 hinten gelegen, war ich im Stadion und da habe ich gedacht, was soll das denn schon wieder? Ja, genau, ich meine, es war eine schöne Aufholjagd, man hat sich dann am Schluss doch ein bisschen gefreut, aber trotzdem gegen so einen Gegner, das darf einfach nicht passieren. Und ja, das war doch dann ganz oft so, entweder zu Beginn der zweiten Halbzeit oder zu Beginn der ersten Halbzeit haben die gefühlt noch in der Kabine gesessen und hatten keinen Bock oder was auch immer oder waren mental nicht so fit und das hat dann keinen Spaß gemacht. Also ich muss auch wirklich sagen, dass ich manche Spiele am liebsten schon früher ausgeschaltet hätte. Immer zur Halbzeit, oder? Ja, genau, ja, stimmt. Erste Halbzeit war immer scheiße und zweite Halbzeit dann am Anfang zu kämpfen. Genau, und das habe ich mir dann auch immer so ins Gedächtnis gerufen und gesagt, okay, bleib dran, da passiert schon noch was und so war es dann ja auch. Aber muss man auch ehrlich sein ohne Hofmann? Wenn man auf die Liga gehalten worden wäre, ich weiß es nicht. Du sprichst es an, das ist die perfekte Überleitung, denn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt Philipp Hofmann in der vergangenen Saison mit den Bruttler Awards ausgezeichnet. Ihr habt ihn zum Spieler der Saison gewählt, das war sehr eindeutig, 95 Prozent aller Stimmen. Mirko, jetzt natürlich außer Hoffi, das ist ja offensichtlich, nur sucht der nun sein Glück in der Bundesliga. Wer mag es ihm vergönnen? Welche Spieler haben denn deiner Meinung nach noch außerdem überzeugt? Für mich absolut, der Mann der Saison war Breithaupt, der wirklich sehr solide Leistungen gebracht hat, ganz unauffällig irgendwie immer war, aber trotzdem das Spiel geprägt hat und ja, für sein Alter auch. Ich finde, es klingt immer so ein bisschen despiktiv, wenn man sagt, er ist noch so jung, aber ist er ja tatsächlich. Und da so abgeklärt unterwegs gewesen ist, wie es wäre schon 15 Jahre auf dem Platz. Also das war für mich schon so eine Entdeckung der Saison. War ja auch letzte Saison schon am Ende in Ansätzen zu erkennen. Ich fand aber auch, Warnicek hat irgendwie eine gute Entwicklung, auch wenn er schon eine Weile dabei ist, aber auch sehr solide. Seine Leistung hat ja immer wieder geschwankt in der Vergangenheit, also fand ich auch gut. Das waren so die beiden, die bei mir besonders hängen geblieben sind. Choi hat mir auch gut gefallen, wenn er denn mal gespielt hat. Das war so ein bisschen traurig. Ja, und O'Shaughnessy, jemand, der der Mannschaft absolut gut getan hat, aber leider, ja, jetzt wieder vom Verletzungspech verfolgt. Ja, absolut, absolut. Ja, was mir bei Wanne vor allem aufgefallen ist, dass der auch verbal vor allem einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Das hat man, finde ich, bei den Geisterspielen nochmal sehr gut mitbekommen. Das war auch das, was Eiche von ihm gefordert hat. Nicht nur das Fußballerische, sondern auch so das auf dem Platz. Glaubst du, dass da insgesamt in der Mannschaft noch ein bisschen Luft nach oben ist? Wir erinnern uns ja immer sehr gerne an die alten Zeiten zurück, in der Mike Franz und Mario Eggermann da lautstark die Mannschaft geführt haben, aus der Innenverteidigung heraus. Aber so ein bisschen, dass die Mannschaft sich auch selber trägt. Ja, das stimmt. Also das ist mir auch aufgefallen, dass er mehr den Mund aufmacht. Und das ist auch gut so. Ich denke mal, dass Jérôme Gondorf ihn da mal zur Seite genommen hat. Der kann das ja. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Aber das kann man von außen schwer beurteilen. Ich glaube schon, dass Gondorf jemand ist, der da an alte Zeiten anknüpft sozusagen. Aber so einen Mike Franz, ja, ich meine, den gibt es halt auch nur einmal. Aber wie du schon sagst, ja, ich denke auch manchmal, da könnte schon noch ein bisschen mehr Giftigkeit dahinter sein. Und eine Grätsche mehr, das natürlich jetzt nicht so gefährlich ist, was dem Gegner wehtut, aber was ihn zumindest mal stoppt. Und ja, da gibt es halt eine gelbe Karte, dann ist es so. Ja, oder Dominik Peitz, ja auch jemand, der immer alles ungenietet hat. Jedes Spiel gefühlt eine gelbe Karte. Das ist unser Jens Jerem. Ja, genau. Aber einfach, du wusstest, wenn der in der Ballnähe ist, dann passiert was. Also, es passiert nach hinten nichts, aber irgendwas passiert mit ihm und dem Gegenspieler. Und das hat einen auch immer beruhigt. Und stimmt schon, da wäre ein bisschen Bedarf und noch Luft nach oben. Jung, ein unfassbar starker Spieler. Also, wenn der in Topform ist, ist der ein Unterschiedsspieler, finde ich, bei uns. Gordi mit seinen 37 halt einfach immer noch da. Und nach wie vor einer der Spieler, der nach wie vor sagt, yo, ich trau es mir noch zu und haut mich gerne rein. Aus deiner Sichtweise die richtige Entscheidung, mit beiden zu verlängern? Ja, total. Ich hätte mir, ehrlich gesagt, auch mit Lorenz eine Verlängerung gewünscht. Haben ja auch viele bei Facebook geschrieben, auch wenn er eigentlich nie so der Publikumsliebling war im Gegenteil. Ich fand den immer cool. Der hat alles gegeben, wenn er auf dem Platz war. Hat tolle Flanken geschlagen und ist auch richtig schnell. Gerade auch für sein Alter, auch hier wieder. Ich darf das sagen, ich bin 36. Der hat wirklich alles gegeben. Ich finde auch nach wie vor sympathisch, dass er im KSC-Trikot geheiratet hat. Das ist total irre. Das spricht auch für ihn. Er freut mich aber auch, dass er zu seinem alten Verein wieder zurückkehrt. Stimmt, Preußen, Münster. Schießt er die jetzt in die dritte Liga, das wäre ihm zu gönnen. Ja, aber mit Gordon absolut verdient, nach der Leistung in der Saison. Richtig cool, fände ich es ja, wenn er auch noch gleichzeitig im Trainerstab schon so ein bisschen Erfahrung sammelt und dann so Spielertrainermäßig sie selbst einwechseln könnte. Das wird mir gut gefallen. Ja, es hat eigentlich auch immer wieder betont, dass er unglaublich wichtig ist für die Kabine. Aber dass er ja wirklich gute Momente hat, hat er ja schon oft gezeigt. Also zum Beispiel das Pokalspiel in Leverkusen ist ja krass, was der da verteidigt hat. Was mich bei ihm immer so ein bisschen stört, ist so, er hat so Ups und Downs Gefühle. Also es gibt Spiele, da ist er wirklich eine Bank und haut ihr hinten alles raus. Und dann gibt es halt Spiele, da verliert er zwei Kopfballdrelle. Ich glaube, es war gegen Paderborn zu Hause. Und dann zack, zwei Gegentore, wo man sich echt denkt, so ja, Schnelligkeit, okay. Ich meine, mit 37 kann man ihm das nachsehen. Ich bewege mich auch langsam so in das Alter und bin auch nicht mehr der Schnellste. Also ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Aber dass er dann halt wenigstens die Kopfballduelle gewinnt und da Konstanz ist, kann man eigentlich schon von ihm erwarten, oder? Ja, das stimmt. Aber genau dafür fehlt ihm, glaube ich, inzwischen die Kraft. Er muss ja dann auch schnell genug beim Mann sein. Wobei ich glaube, in einem Fall war es jetzt ein Standard. Okay, gut, dann hat die Zuordnung vielleicht nicht gestimmt. Aber du musst ja dann auch erst mal an der Stelle stehen, wo es nötig ist, um den Kopfball zu verhindern. Und das ist halt echt dem Alter geschuldet. Da kommt er nicht mehr hinterher, obwohl er lange Beine hat und vielleicht nur einen Schritt machen muss, wo andere zwei machen. Das stimmt, ja. Der hat echt manchmal so Up-and-Downs. Aber ich finde, die Downs waren jetzt in dieser Saison deutlich geringer als in der Vorsaison. Ja, das stimmt. Er hat so den Eindruck, dass er da nochmal ordentlich einen draufgelegt hat. Warum auch immer. Was mir bei ihm öfter so sauer aufgestoßen ist, wenn er so versucht hat, so rumzutricksen, mal so ein Übersteiger zu machen. Immer schief irgendwie. Er muss jeden Anfang zu dribbeln. Ja, genau. Und das hat er jetzt aber auch ein bisschen abgestellt. Und es gibt nicht mehr so viele Rückpässe von ihm. So zur Sicherheit immer zum Torwart spielen. Hat er jetzt auch dazugelernt, glaube ich. Ja, absolut. Und ich meine, es ist jetzt auch absolut wichtig, dass wir ihn haben. Denn wir wollen ja später noch über die verletzten Misere sprechen. Unsere größte Baustelle, die ist da gerade verletzungstechnisch total zerbröselt. Darüber kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf. Aber wollen wir vielleicht erst mal über die bisherigen Zugänge sprechen und die Brücke zur aktuellen Situation schlagen? Es kam ein Innenverteidiger, der Gott sei Dank nicht verletzt ist. Marcel Franke von Hannover 96 war dort Kapitän. Was glaubst du? Glaubst du, der kann Bormut ersetzen und hinten die gewünschte Stabilität bringen? Ich meine, erfahren genug ist er ja. Ja, erfahren genug ist er jetzt. Die Saison war nicht so seine. Auch die Hannover-Fans waren nicht alle so traurig, dass er geht. Klar, wenn Kapitän geht, das ist dann schon nochmal eine größere Sache. Aber ich glaube, wenn er das richtige Umfeld hat und die Mannschaft, in der er sich wohlfühlt, dann kann der echt was reißen. Dann ist es halt auch so einer dieser Führungsspieler, wie du es vorhin gesagt hast, die mal den Mund aufmachen, die den Jüngeren zeigen, wo es lang geht. Er hat ja wirklich schon viel Erfahrung. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er ein guter Bormut-Ersatz ist. Ja, wünschendwert wäre es auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden. Und vor allem muss er gesund bleiben. Sonst haben wir jetzt ein echtes Problem. Dann wird es richtig, richtig kritisch. Kelvin Arase kam von Rapid Wien. Finde ich erstmal ganz gut, dass man wieder nochmal einen Flügelspieler dazugeholt hat. Und natürlich Paul Nebel von Mainz 05. Ein hochtalentierter Jugendnationalspieler, der sehr vielseitig einsetzbar ist. Rechtes Mittelfeld, linkes Mittelfeld oder auch zentral. Ja, was ist deine Meinung zu den beiden? Ja, Nebel habe ich so ein bisschen verfolgen können, weil ich in Mainz wohne und hin und wieder mir auch mal die Spiele angucke, teilweise auch im Stadion. Und da ist er mir auch schon aufgefallen. Er war kein Stammspieler, aber er hatte schon doch den ein oder anderen Bundesliga-Einsatz. Und ich glaube, das ist schon ein Gewinn für die Mannschaft, weil er einerseits noch sehr jung ist und unverbraucht und vielleicht auch neue Ideen reinbringt, andererseits aber auch die nötige Abgeklärtheit hat. Ich glaube schon, dass es eine gute Verstärkung ist. Ehrlich gesagt kenne ich jetzt noch nicht so. Den habe ich bisher nie auf dem Platz gesehen. Aber wenn man sich so anguckt, was er bisher gemacht hat und was Leute kommentieren, die ihn schon mal spielen gesehen haben, glaube ich auch, dass es was werden kann mit ihm. Ja, ich gucke jetzt auch nicht jedes Wochenende österreichische Bundesliga. Ich glaube, Olli Kreuzer handhabt das anders. Der wird da sicherlich schon seine Meinung zu ihm haben. Ja, aber ich finde es natürlich cool erstmal, dass man sich auf den Flügeln da irgendwie breiter aufstellt. Und Lukas Coete und Fabio Kaufmann sind ja Stand jetzt noch Teil der Mannschaft. Benni Goller wird es wahrscheinlich nicht mehr sein. Denn ich habe mal gehört, dass Werder Bremen da doch eine Ablösesumme abruft, die wir wohl nicht bezahlen können. Wie schade würdest du es finden, wenn wir ihn tatsächlich nicht verpflichten könnten? Ja, nach seinem ersten Spiel, nach der Rückkehr hätte ich gesagt, oh, das wäre richtig bitter, wenn er weggeht. Aber irgendwie hat er nicht so gezündet dann in den Spielen danach. Ich weiß nicht, woran es lag. Eigentlich ja ein super Spieler. Auch schade, dass er damals gegangen ist. Aber, ja, klingt hart. Aber so der ganz große Verlust wäre es vermutlich nicht, wenn man die Offensive dann gescheit bestücken kann. Da ist ja immer noch ein bisschen was offen. Absolut, ja. Die größte Lücke sicherlich personell ist im Sturm zu sehen. Aber wollen wir vielleicht erst nochmal über die größte Baustelle sprechen, die, wie ich finde, in der Defensive ist. Und ich habe es angesprochen. Also, Daniel O'Shaughnessy geht zu dieser sinnlosen Nations League und verletzt sich schwer. Fällt, glaube ich, mindestens drei Monate aus. Kobi aus der vergangenen Saison. Jetzt hat es Felix Eroreira erwischt. Ein hochgradiges Defensivtalent. Auf den habe ich wirklich große Stücke gebaut. Er hat jetzt eine Oberschenkelzerrung. Fällt aus. Lazar Mirkovic hat wohl immer noch irgendwas mit seinem Herz. Also, stand jetzt haben wir nur Marcel Franke und Daniel Gordon als gestandene Innenverteidiger. Tim Breithaupt könnte da noch aushelfen. Aber wie können wir das denn kompensieren, Mirko? Ja, gute Frage. Also, geht eigentlich gar nicht anders, als wenn man nochmal jemanden dazuholt. Vielleicht auf Leihbasis, um zumindest dann mal kurzfristig die Lücke zu stopfen. Als die Sache mit O'Shaughnessy bekannt wurde, dachte ich auch, oh Mann, das kann doch nicht sein. Dann habe ich gelesen, es hieß zuerst sechs bis acht Wochen, habe ich so ein bisschen gerechnet, okay, bis es wieder losgeht, weil der Liga könnte hinhauen. Aber nee, jetzt drei Monate ist ja der, wie du gerade gesagt hast, der letzte Stand. Ich glaube, das wird erstmal nichts. Und dann ist es ja eine optimistische Prognose. Also, er muss ja dann erstmal wieder reinkommen und Reha und alles Mögliche. Also, ja, wird schwierig. Wird schwierig. Habe ich jetzt auch irgendwie heute in einem BNN-Artikel gelesen, dass Uli Kreuzer sich wahrscheinlich da jetzt auch festgelegt hat und Eiche, dass sie nochmal einen Innenverteidiger brauchen. Weil wenn du halt nur zwei Gestandene hast und einen Tim Breithaupt, den brauchst du eigentlich als Sechser. Der muss eigentlich da die Linie ziehen und den Peitzer machen und die Bälle abräumen. Schwierig, den dann in die Innenverteidigung zu ziehen. Dann ist Gordon halt schon wieder gesetzte Stammkraft. Und dann muss man natürlich hoffen, dass er einen guten Tag erwischt. Ja, genau. Und er wird ja auch nicht jünger. Das stimmt. Aber da kann man Sky zitieren, Alter schützt es vor Klasse nicht. Ja, ja. Ronaldo, Messi, sind alle schon etwas älter. Ibrahimovic. Alles auch so Leute, die ich gerne mal beim KSC sehen würde. Stimmt. So hinten raus im Alter, ne? Ja, genau. Um es ausklingen zu lassen. Die müssen doch nicht immer alle in die USA oder Japan oder sonst wo hingehen. Oder nach China oder Westergaard, ja. Ja, genau. Gut, gibt halt leider weniger Geld. Das ist problematisch. Aber ich glaube, wenn man da die richtigen Leute fragt, dann machen die auch mal ihre Schatulle auf und dann sorgen die dafür, dass so jemand zum KSC kommt. Aber bestimmt dafür die stimmungsvollere Atmosphäre im Stadion. Ich glaube, da würde ich mich festlegen. Das stimmt. Das stimmt, ja. Gut, Mirko, wir haben es gerade schon mal angesprochen. Also Innenverteidigung müssen wir wohl noch nachrüsten. Sturm ist klar. Also es bleibt weiterhin ein großes Fragezeichen. Ich habe vor kurzem jetzt gelesen, Anthony Uja ist noch im Gespräch mit seinen 31. Der hat ja mit Eiche zusammen in Köln gespielt. Sagt eigentlich schon alles, oder? Wenn der sogar mit Eiche noch zusammengekickt hat. Ist ja noch bei Union Berlin, aber da läuft der Vertrag aus. Hatte wirklich wenig Spielzeit. Aber glaubst du, das ist so einer, den man holen könnte, der vielleicht so für eine Saison, es ist ja eine Überbrückungssaison, da wollen wir später auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Wäre das so ein Kandidat, wo du sagen würdest, ja, mein Gott, vielleicht kann er das noch mit 31. Der hatte ja wirklich gute Tage beim FC oder bei Werther Bremen. Ja, also nein sagen würde ich da nicht. Ich habe jetzt nicht auswendig im Kopf, wie groß er ist. Das fehlt mir halt so ein bisschen generell auch bei den Namen, die da gerade gehandelt werden. Das war der Riesenvorteil bei Philipp Hofmann, der Riesenturm da vorne drin, der auch mal einen Kopfball irgendwie unter die Latte bringen kann. Da bin ich mir bei ihm jetzt nicht so sicher. Ich habe gerade nachgeschaut, 1,80 nur. Ja, okay, gut. Würde dann eher auf Doppelspitze mit Schleusener hinauslaufen, oder? Ja, denke ich auch. Aber das hat ja Oliver Kreuzer auch gesagt, man wird Hofmann nicht 1 zu 1 ersetzen können. Vielleicht sind es zwei Spieler, die halt zusammen das mitbringen, was er mitgebracht hat. Biancardi wird ja auch gehandelt zum Beispiel. Ja, ich denke mal, wenn man das kombiniert, kann das schon auch hinhauen. Und dann macht halt einfach Gordon vorne die Kopfballtore. So sieht es aus. Ja, oder vielleicht auch mal Tim Breithaupt. Klein ist er ja auch nicht. Wer weiß, also da oder Marcel Franke, der ja doch einen sehr robusten Eindruck macht von dem, was er so bisher gesehen hat. Ich habe jetzt eh nicht so viele Spielen sehen, aber ja, bleibt auf jeden Fall abzuwarten und die größte Baustelle im Sturm sollte ja bis zum 25. Juni, bis zum Start des Trainingslagers eigentlich abgeschlossen sein. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, wer es wird und blicken da trotzdem optimistisch in die Zukunft, dass es noch jemand sein wird, mit dem wir auf jeden Fall unser Spiel anreichern können. Es war jetzt auch zuletzt zu lesen, ich habe es heute, glaube ich, gelesen in der BNN, dass Schleusener ja auch gemeint hat in dem Interview, dass sie versuchen, auch verschiedene Systeme zu spielen. Glaubst du, wir müssen uns jetzt zwangsläufig neu erfinden mit dem Hoffmann-Weggang? Neu erfinden, vielleicht nicht direkt, aber das Spiel muss schon ein bisschen umgestellt werden, was aber auch eine Chance sein kann. Also es war ja ganz lange so, okay, du hast diesen einen Zielspieler, egal wie, der Ball muss immer zu ihm. Wenn du das aber ein bisschen variierst und vielleicht vorne zwei hast, die die Bälle bekommen müssen, dann kann das schon auch ein Gewinn sein fürs Spiel, es kann attraktiver werden. Also sehen wir es mal positiv, es muss jetzt nicht komplett alles umgestellt werden, aber dieser starke Fokus auf einen Spieler, wenn der weg ist, kann es, glaube ich, auch klappen. Und man hat es ja gesehen, war es das letzte Spiel oder das vorletzte, in dem Hoffmann nicht am Start war oder zumindest nicht von Anfang an. Da waren schon auch Ansätze zu erkennen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Spiel es war, aber da war ich auch überrascht, dass es auch so gehen kann. Ja, absolut. Also irgendwie hat das auch gefruchtet, wenn wir zwei Stürmer gespielt haben. Aber wahrscheinlich finde ich es aber trotzdem gut, dass Eiche sich überlegt, okay, wir brauchen mehrere Systeme, auch um Variibler zu sein, uns auch auf Gegner einzustellen. Ich glaube schon, dass das von großem Vorteil sein kann. Und ich denke, dass er mit Sirus Motokalemi von der U17 nochmal einen neuen Coach dazubekommen, das hat er sich ja gewünscht, dass man da vielleicht auch im Training mehr Möglichkeiten hat, so Dinge einzustudieren und sowas besser umzusetzen. Ja, genau. Das denke ich auch, dass es da Möglichkeiten gibt. Und ja, klar kann mal ein Spiel verloren gehen, aber dann hat man auch Erfahrung gesammelt. Und wenn man daraus dann schlauer wird und es beim nächsten Mal besser macht, passt das ja auch. Gerade zu Beginn einer Saison erwartet ja auch noch niemand eine perfekte Mannschaft. Ja, klar. Auf jeden Fall, dass es Arbeit hat. Und dafür ist ja auch das Trainingslager da, dass da nochmal gefeilscht werden kann und man verschiedene Testspiele hat. Ich hatte jetzt gerade den Sirus angesprochen aus der U17 und will so ein bisschen die Brücke schlagen zur Grenke Akademie. Denn mit Rossmann, Marino und Efe Kahn-Ziloroglu setzt Eiche und Zlatan ja auch jetzt wieder sehr auf die Jugend, was ich eigentlich sehr cool finde, dass da die Grenke Akademie total verzahnt in die Profiabteilung und die drei jetzt bei den Profis mit dabei sind. Macht Eiche, machen Eiche und Zlatan da aus der Not eine Tugend? Ja, und das ist ja eh die Karlsruher Schule, kann man sagen, schon seit, ich weiß es nicht, 30, 40 Jahren den Nachwuchs zu pushen, hat zwischendurch mal so ein bisschen eine Phase gegeben, der das Eingeschlafen ist, gerade unter Alois Schwarz, der hat da ja weniger Wert drauf gelegt. Aber ich finde schon, dass das was ist, bei dem man profitieren kann. Es dauert halt ein bisschen länger, bis du die Spieler so weit hast, dass sie zum System passen. Aber genau der richtige Schritt, vor allem mit so einem kleinen Budget, dann lieber auf die Jugend zu gucken und Leuten da eine Chance zu geben. Wichtig finde ich halt, dass man sich dann auf einige Leute fokussiert und jetzt nicht irgendwie 15 Spieler hat, also das ist ja nicht der Fall, aber nur mal so als Beispiel, die dann immer wechselweise eingesetzt werden. Aber ich finde das schon vielversprechend. Ja, absolut, absolut und total lobenswert. Und wenn es am Ende auch wirklich nur ein oder zwei ist, die den Sprung schaffen, so wie Tim Breithaupt, kann das ja auch schon ein Riesengewinn sein. Ja, genau. Wichtig ist halt, dass man die Leute dann hält und das gelingt ja auch. Also Tim Breithaupt bleibt, stand jetzt beim KSC, übrigens auch Marvin Wannecek hatte ich mir immer wieder gedacht, ob der nicht mal weggeht, aber irgendwie scheint er sich in Karlsruhe wohlzufühlen. Das ist jetzt ja niemand, der von der Krenker Akademie kommt, aber auch jemand, der zwischendurch beim VfB war, aber eigentlich auch so ein Eigengewächs ist. Und wenn man die Leute dann halten kann, bis sie dann irgendwann zu einem Champions League Club wechseln, dann ist es schon cool. Also auch jemand wie Schlotterbeck ist ja auch, hat ja auch eine KSC-Vergangenheit und ist jetzt total erfolgreich unterwegs, aber man hat den auch eine Weile halten können und das finde ich wichtig. Ja, absolut. Ich hatte es vorhin mal angedeutet, wollen wir mal noch so einen kleinen Ausblick wagen. Michael Becker spricht ja von einer Übergangssaison mit Stadion-Nürbau und auch sportlichem Umbruch, den wir gerade schon thematisiert hatten. Jetzt weiß man, wahre Bruttler und langjährige KSC-Fans kennen das Umfeld in Karlsruhe, da ist man natürlich sehr ungeduldig und will sofort wieder aufsteigen und nach dem einstelligen Tabellenplatz muss ein besserer herkommen. Was glaubst du denn, was ist deiner Meinung nach diese Saison zu erwarten, auch wenn es verdammt schwer ist, jetzt da mal in die Glaskugel zu schauen? Ja, ich gehöre tatsächlich auch ein Stück weit dann zu den Bruttlern, die sagen so, aber irgendwann muss man doch auch mal ein bisschen ambitionierter sein. Ich verstehe auf der anderen Seite aber auch den Verein, der sagt, wir haben gerade so viele Baustellen, im wahrsten Sinne des Wortes, da müssen wir erstmal klar Schiff machen, bevor wir oben angreifen können, aber es ist halt schon ein bisschen unbefriedigend, wenn der Trainer schon zum Ende der Vorsaison sagt, ja, die Ziele bleiben die gleichen für die nächste Saison, wir wollen nicht absteigen. Ja, okay, da weißt du ja, was du erwarten kannst für einen Fußball. Also, man freut sich weniger auf eine Saison, wenn die Ziele so niedrig gesteckt sind, aber andererseits kann man hinterher auch nicht so enttäuscht werden. Ich würde mir trotzdem ein bisschen, ein bisschen mehr Ambition wünschen. Es muss ja nicht der Aufstieg sein, aber man kann sagen, Saisonziel ist, unter die ersten acht zu kommen oder sowas. Das würde ich mir schon wünschen. Wenn man jetzt dann aber nach der Saison sagt, okay, jetzt sind wir soweit und jetzt können wir oben angreifen und jetzt geht es um den Aufstieg, dann nehme ich auch gerne jetzt erstmal so eine Zwischensaison in Kauf. Aber es muss ambitionierter werden, da gehöre ich schon zu den typischen Karlsruher Bootlern. Ja, ich meine, es ist ja auch nicht zu viel verdankt, finde ich. Ich meine, Eichert hat es ja mehrfach betont, gegen Ende der Saison war es schon so ein bisschen zu gebetsmühlenartig auf die Komplexität der Liga. Und es wurde da, Boris und ich waren es da einig, also natürlich hat er damit total recht und ich will ihm da auch gar nicht widersprechen, aber es wurde gefühlt ein bisschen zu oft so ein bisschen als Ausrede verwendet. Hast du das ähnlich wahrgenommen? Ja, also er redet ja die Gegner sehr gerne stark. Da kann jemand auf Platz 18 stehen, zwei Unentschieden gemacht haben und sonst nur verloren haben nach 20 Spieltagen und bei Eichert klingt es, als würden die demnächst die Champions League gewinnen. Also es macht ihn dann sympathisch, auch bei den anderen Vereinen. Ich glaube, er ist ein sehr beliebter Trainer, zu Recht natürlich auch, aber gleichzeitig macht es auch die eigene Mannschaft ein bisschen schlecht, was wahrscheinlich oder ganz sicher nicht seine Absicht ist. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass man da ein bisschen mehr Gas gibt. Was mir bei Eichert übrigens auch auffällt und das wird ihn sicher am meisten stören, ist, dass er sehr gerne mit Floskeln arbeitet. Er hat echt, also irgendwie das Gesamtpaket, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Wort gehört habe. Oder die Kugel in den Topf legen. Ja, genau, genau. Also das sind so Sachen. Und übrigens kann er nicht Verteidiger sagen, er sagt immer Verteidiger. Musst du mal drauf achten. Oh, krass, okay. Ist mir nicht aufgefallen. Also, du musst bei ihm vielleicht auch mal sagen, nee, keine Ahnung. Wie gesagt, das sind jetzt echt Kleinigkeiten und ich will da jetzt auch nicht so drauf rumreiten. Er ist ein guter Trainer, genau richtig für den KSC. Aber dahinter steckt ja auch mehr. Wenn du halt immer Floskeln verwendest, dann hast du vielleicht auch in dem Moment keine Idee oder so, da noch ein bisschen konkreter zu werden. Das würde ich mir schon wünschen für die nächste Saison, auch in den Ansagen. Ja, also, um das kurz klarzustellen, das ist jetzt keine hochkranke Kritik an unserem Trainer. Der Trainer ist ein riesen Glücksfall für uns und ich bin heilfroh, dass wir ihn haben. Ohne ihn würden wir nicht da stehen, wo wir jetzt stehen. Also, als in Anführungszeichen gesicherter Zweitligist, der wir ja laut Vereinsführung noch ein paar Jahre sein müssten, um halt vielleicht auch finanziell die nächsten Sprünge zu machen. Stichpunkt TV-Geld. Wenn ich jetzt zum Beispiel lese, dass ein FC Heidenheim so ein Niklas Beste von Werder Bremen einfach mal kauft, da merkst du, glaube ich, schon, wo die finanziellen Unterschiede liegen. Ja, das stimmt. Ich frage mich da nur, warum eigentlich? Also, klar, man weiß es ein bisschen, wenn die Saison gut läuft und dann sind vielleicht auch die Werbeeinnahmen höher, aber so ein Verein wie Heidenheim, der hat ja auch nicht das riesen wirtschaftliche Umfeld. Im Gegenteil, da tief im Schwäbischen, da gibt es nicht die riesen Unternehmen, die da Geld reinstecken und TV-Gelder, jo, okay, aber Heidenheim war in der vergangenen Saison hinterm KSC. Wenn ich das doch richtig im Kopf habe, genau, letzter Spieltag war ja auch, glaube ich, gegen Heidenheim und da hat man sich noch kurz davor geschoben. Also, da frage ich mich immer, woher kommt eigentlich das, dass der KSC so wenig Geld hat? Da gibt es sicherlich einen guten Grund, aber den hat mir noch niemand erklärt. Ja, also ich meine, okay, ich meine, die Bilanz, irgendwie zwei, drei Jahre dritte Liga im TV-Geld, das ist schon ein herber Einschnitt. Wir haben uns da mal die Tabelle angeschaut, das sind dann schon so ein paar Millionen, die da den Unterschied ausmachen. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich meine, jetzt hatten wir mehr Einnahmen durch den Pokal. Wir haben an der, an dem Verkauf von Nico Schlotterbeck haben wir partizipiert mit, glaube ich, mindestens einer Million. Ja. Ich frage, also Boris und ich haben uns auch schon immer ein bisschen gefragt, warum sagt man nicht, okay, komm, jetzt lass uns doch mal Summe X in den Etat stecken, weil wir haben jetzt hier einen Spieler, der uns total weiterhelfen würde. Gefühlt, also ich vertraue der Führung und Michael Becker und Holger Siebmann-Schulze total, es war eine bärenstarke Leistung von denen in Corona da eine positive Bilanz auszuweisen, hinten raus. Ich glaube, wann hatten wir denn das letzte Mal schwarze Zahlen, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Aber wir sind doch schon so ein bisschen enttäuscht, dass der Etat irgendwie anscheinend zu sehr klein gehalten wird. Nimmst du das so ähnlich wahr, wie ich das gerade so wiedergegeben habe? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, auch dadurch, dass Hofmann jetzt verkauft wird, ne Quatsch, sorry, stimmt gar nicht. Aber das Gehalt wird eingespart und das war nicht wenig, glaube ich, mit der Torprämie. Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke mal, auch dadurch, dass man an anderer Stelle vielleicht Geld einspart, weil teure Spieler nicht mehr da sind. Auch Purié, der ja eine Weile dem Verein auf der Tasche gelegen hat, auch wenn er gar nicht mehr da gespielt hat. Gott, hab ich schon vergessen. Ja, könnte man auch als Stürmer jetzt wiederholen. Sicher frei. Die Unruhe können wir uns nicht erlauben im Verein. Das stimmt. Da, ja, aber es ist natürlich auch ganz schwierig, von außen da drauf zu gucken. Also, da gibt es sicherlich gute Gründe. Die werden da jetzt nicht einfach irgendwas machen, nur um den Verein klein zu halten. Und das Gleiche gilt ja auch für den Trainer, auch das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn er sich das jetzt sehr anhören würde, oder vielleicht hört er sich, ja ganz sicher, ist natürlich Stammhörer des Podcasts, da wird er auch sagen, ja Mensch, dann sei du mal einen Tag hier Trainer, dann weißt du, wie es läuft und redest nicht so dumm daher. Aber der Einblick fehlt halt einfach. Total. Dann müsst ihr mal die Führungsriege einladen hier im Podcast. Ja, wir hatten die Eiche schon bei uns zu Gast und wir wollen ihn auf jeden Fall nochmal einladen, also rund um das Trainingslager. Würden wir uns super freuen, wenn das klappt. Er war schon mal da, ist er mit ihm hoch angerechnet. Das war auch echt cool, mit ihm mal zu quatschen. Und er war da auch sehr offen und sehr redselig. Das war wirklich sehr, sehr angenehm. Mal schauen, ob wir ihn wieder vor das Mikro kriegen. Ich würde mich sehr freuen, kann an der Stelle aber noch nicht zu viel versprechen. Aber dann würden wir das auf jeden Fall mal an ihn weiterleiten, wie er da so seine Wahrnehmung ist. Ja, Mirko, auch wenn es sehr schwer ist, wollen wir vielleicht mal so ein bisschen auf die Liga blicken. Es sind ja zwei Schwergewichte in Anführungszeichen weg mit dem HSV. Mit dem HSV, sage ich um Gottes Willen. Natürlich sind die noch da. Zum Glück nicht. Mit Schalke und Werder Bremen, zum Glück nicht. So nämlich. Zum Glück ist die Hertha nicht abgestiegen. Das hätten wir zwar ein schönes Freundschaftsspiel, aber das wollen wir unseren Freunden aus Berlin nicht gönnen, die zweite Liga. Aber Mirko, wenn wir jetzt mal kurz draufschauen, so von den Vereinen her, von den Namen her, so ein bisschen, was hat man ja auch mitbekommen, wie es bei denen läuft. Was glaubst du, welche Vereine müsste man da auf dem Zettel haben, wenn es jetzt ums Thema Aufstieg geht und welche müssten sich eher nach unten orientieren? Wie ist so dein Bauchgefühl? Ja, der HSV natürlich, ganz klar, auch wenn ich es mir wünsche, dass er auf ewig in der zweiten Liga bleibt. Ich habe übrigens bei Spotify, wurde mir so ein Song angezeigt, irgendwie kurz nachdem der HSV in der Relegation, dann es nicht geschafft hat. Ja. Irgendwie so ein Song wie der erste Liga, HSV und so und wurde offenbar schon produziert, damit er dann auf den Partys laufen kann und dann auch veröffentlicht. Oh, wie peinlich. War dann für mich dann schon so ein bisschen eine große Freude. Aber natürlich gehört der HSV auch jetzt in der Saison zu den Favoriten. Darmstadt, St. Pauli, schon echt schade, dass es keiner von den beiden geschafft hat. Aber die werden, kann ich mir schon vorstellen, jetzt wieder Gas geben. Heidenheim ist auch immer so ein, ja, irgendwie spielen die immer oben mit. Haben wir auch in der Relegation schon gespielt. Ansonsten schwierig. Ich weiß nicht, hast du noch jemanden auf dem Zettel? Auch so jemand wie der FCK? Ja, bei Greuther Fürth weiß man es nicht. Also die Absteiger Fürth und Bielefeld, die runterkommen, da ist halt irgendwie auch neuer Trainer da. Leitl hat ja da bei den Kleeblättern echt was geschaffen. Geht jetzt zu Hannover. Vielleicht muss man die auf dem Zettel haben, wenn man jetzt einen Erfolgstrainer hat, der schon mal mit Fürth aufgestiegen ist, der weiß, wie die zweite Liga tickt. Vom Etat her ist es ja auch sicherlich kein Verein, der da landen sollte, wenn man einen reinen Etat betrachtet, wo sie vergangene Saison gelandet sind, könnte schon ein wilder Ritt werden nach oben. Also das sind so die Vereine, die ich vielleicht noch auf dem Zettel hätte, wenn es jetzt um die Top 5 geht. Andersrum finde ich es viel schwieriger zu sagen, wer jetzt runtergeht. Also vergangene Saison war es irgendwie so, ja, ich hatte auch Aue als Absteiger getippt, war es irgendwie klar, aber diese Saison habe ich irgendwie das Gefühl, so die zwei Aufsteiger, die da hochkommen, die müssen nicht automatisch sofort wieder runter. Also bei Magdeburg, die kann ich so nicht so richtig gut einschätzen, aber Lautern, die hatten vor kurzem auch, glaube ich, nochmal so einen Investor, der da ein bisschen Geld reingepumpt hat. Das sollen da auch irgendwie noch zwei, drei Spieler kommen, habe ich vor kurzem gelesen, meinte Dirk Schuster. Ja, die könnten unangenehm werden. Also ich bin mir da nicht so sicher, wer da jetzt so direkt ein Kandidat für unten ist. Also Magdeburg vielleicht, okay, Braunschweig auf jeden Fall. Sandhausen hat sich auch irgendwie immer durchgewurschtelt, ist, also gegen die sahen wir auch scheiße aus letztes Mal. Das sind eigentlich immer so die Spiele, die man gewinnen muss im Nachbarschaftsduell. Ja, das wären so die Vereine, von denen ich glaube, dass sie hinter uns landen können und vor allem halt auch müssen, weil sonst wird es auch für uns eng. Oder wie ist so deine Meinung? Ja, genau, so sehe ich das auch. Also es gibt irgendwie so ein paar Vereine, wir haben über die ja schon gesprochen, die oben mitspielen. Und bei den anderen, das ist alles so eine Suppe sozusagen, war jetzt ja auch diese Saison. Genau. Da waren alle nur ein paar Punkte auseinander. Ja, also beim FCK bin ich wirklich gespannt und ich muss sagen, ja, das darf man in Karlsruhe nicht so laut sagen, aber ich freue mich schon, dass die in der zweiten Liga jetzt wieder sind. Die gehören dahin. Voll. Wenn nicht sogar in die erste und ich freue mich vor allem auf die Spiele im Stadion. Ich spiele viel lieber gegen Kaislautern als gegen Sandhausen oder Heidenheim oder keine Ahnung, oder gegen Aue. Wobei Sandhausen, ich weiß nicht warum, aber irgendwie auch so ein bisschen Sympathie für die, die sind da mitten im Wald gelegen, irgendwie in so einem kleinen Ort und dann spielen die in der zweiten Liga und halten sich da schon so lang. Muss man auch erst mal schaffen. Und so Vereine braucht es irgendwie auch. Das sind so diese typischen Zweitliga-Vereine von früher. Ja, insofern, ja, ich bin gespannt. Und ich, bei Fürth, ja, keine Ahnung, ob die überhaupt noch mal in die erste Liga wollen, nachdem wie es jetzt lief. Also, die werden in einem Umbruch stecken, auf jeden Fall, auch rein sportlich. Haben viele, viele Leistungsträger abgegeben. Jamie Leveling zum Beispiel nach Union gewechselt. Also, die werden da was Neues aufbauen müssen. Fortuna Düsseldorf finde ich noch ein Kandidat. Ich finde, die haben Ende der Hinrunde unter Daniel Thun wie ein Aufsteiger gespielt. Vom Personal her auch wirklich gut. Naray ist der beste Außenbahnspieler der Liga, finde ich. Die muss man vielleicht nur auf dem Zettel haben, wenn es so um die Top 3 geht. Das stimmt, stimmt. Die sind also eigentlich auch eine Mannschaft, die eher in die erste als in die zweite Liga gehört. Absolut. Und das ist auch der Anspruch dort. Klar, Landeshauptstadt, da muss schon ein bisschen mehr rausspringen, als das, was man gerade sieht. Mirko, jetzt haben wir gerade mal ein bisschen thematisiert. Also, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir uns diese Saison auch wieder eher in das untere Tabellendrittel orientieren müssen, als an das obere. Auch aufgrund alleine dieser aktuellen Baustellen und der Umbrüche, die wir Stand jetzt noch haben. Wir wissen ja nicht, wie der fertige Kader dann aussieht. Vielleicht zaubert Olli Kreuzer noch einen Stürmer aus dem Hut, der uns alle umhaut. Lewandowski. Man weiß es nicht. Ist ja auch noch vertragslos oder man weiß nicht, wohin es geht. Aber wir müssen uns natürlich ein bisschen jetzt auch mal festlegen, in welche Richtung wir jetzt beim KSC gehen. Auch wenn es verdammt schwer ist und es ist natürlich ein Blick in die Glaskugel und es gibt noch viel zu viele Variablen und Fragezeichen und offene Baustellen. Aber also dein Bauchgefühl jetzt, was glaubst du, wo werden wir landen? Ist es dann tatsächlich wirklich so Platz 12 bis 15? Also irgendwie reiner Klassenerhalt. Das ist irgendwie gerade so mein Bauchgefühl. Ja, ich wünsche mir, dass es nicht so ist, aber ein bisschen befürchte ich es. Ich glaube, irgendwas so um 10. Platz rum wäre ein Erfolg am Ende. Und ich hoffe, dass es so läuft wie jetzt die letzte Saison, dass man da schon ziemlich früh relativ sorglos war. Ich weiß noch irgendwie, ich war in so einem Livestream dabei, der von den Kollegen gemacht wurde, von Manu Thiele, dem Funk-Kollegen, der ja auch einen sehr coolen YouTube-Kanal hat. Und das war so ungefähr zur Winterpause, so in dem Dreh. Und dann, da war ein Kollege, der irgendwie Werder-Fan ist und der hat gesagt, als KSC-Fan hatten wir es ja auch immer schwer und so. Und dann habe ich gesagt, na ja, diese Saison, ganz entspannt, kann man sich zurücklehnen, läuft ja so, dass man sich nicht um Abstieg Gedanken machen muss. Und dann plötzlich so, weiß ich nicht, nach vier, fünf schlechten Spielen sah es da wieder ein bisschen anders aus. Aber so diesen Zustand von damals, den würde ich mir wieder wünschen und zwar für die ganze Saison. Ja, absolut, absolut. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, da waren dann irgendwie 40 Punkte waren erreicht und dann war es egal. Und wir haben, glaube ich, aus den letzten möglichen 21 Punkten nur vier geholt. Also da waren auch viele Unentschieden, viel 2 zu 2. Und ja, das hat uns dann schon extrem geärgert, dass man gefühlt, ich weiß, ich würde dem Trainertein und der Mannschaft nichts unterstellen, ich glaube schon, dass die sich jedes Spiel den Arsch aufreißen. Aber gefühlt war dann irgendwie hinten raus einfach irgendwie die Luft raus. Und war auch Pech dabei, keine Frage, aber ist halt schon super ärgerlich, wenn du von den letzten möglichen 21 Punkten aus sieben Spielen nur vier holst. Das ist auch genau das, was ich mit den Ambitionen vorhin meinte. Man kann natürlich als Saisonziel ausgeben den Nichtabstieg und das Erreichen der magischen Punktegrenze, aber dann muss ein neues Ziel her. Also man kann auch nicht irgendwie zehn Spiele vor Schluss sagen, so okay, wir haben unser Ziel erreicht und jetzt lassen wir es auslaufen. Wurde nicht so gesagt, aber wahrscheinlich haben es manche so gedacht. Da muss man sagen, okay und jetzt... Oder es wird so wahrgenommen. Ja, genau. Und dann muss man sagen, so und jetzt ist unser Ziel einstelliger Tabellenplatz und den wollen wir halten. Ohne Ziel spielt sich es glaube ich weniger ambitioniert. So Mikko, eine weitere Baustelle in Karlsruhe. Wir haben es vorhin thematisiert, es gibt viele Baustellen, nicht nur der Kader, sondern auch der Wildpark, der wächst und wächst. Wie beobachtest du denn so das ganze Geschehen aus der Ferne? Schaust du auch täglich die Webcam? Auf jeden Fall. Ja und dann entdeckt man ja auch immer wieder was Neues. Irgendwas tut sich dann doch und jetzt gerade Unterränge sind dazugekommen auf der alten Haupttribüne. Ich weiß nicht, ob man jetzt auch immer eine Haupttribüne sagt. Westtribüne glaube ich ist dann der aktuelle Begriff und das Dach, das dann da langsam wächst. Das ist wirklich cool, das zu sehen, auch wenn es ja wohl hier und da nicht ganz so rund läuft mit der Stadt und allen möglichen anderen, die da involviert sind, wie eigentlich bei allen Bauvorhaben und natürlich wird es auch wieder teurer, logisch. Immer so in Deutschland. Ja. Aber es ist schon cool. zu sehen, dass es jetzt echt langsam wird, auch wenn es am Schluss ein Jahr später fertig ist als geplant. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch gesehen, vor kurzem hat er, oder vor kurzem ist schon ein bisschen her, der KSC Bilder von dir gepostet aus dem Wildpark. Du warst persönlich vor Ort mit einem Kamerateam und jetzt will nicht nur ich, sondern natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer wissen, Mirko, was habt ihr da denn produziert und wann und wo gibt es das zu sehen? Ja, das Letzte kann ich dir leider gar nicht so genau beantworten, weil ich das auch nicht weiß. Mir wurde nur gesagt, bald. Das geht darum, dass im ZDF die Moderatoren so ein bisschen genauer vorgestellt werden sollen, zumindest die von einigen Sendungen und da habe ich das Glück auch dazu zu gehören und deshalb sollte so ein Porträt von mir entstehen und die haben mich gefragt, was machst du denn gerne? Was gefällt dir? Und dann habe ich unter anderem den KSC genannt und die Idee der Kollegin, die das geplant hat, war dann einfach mal ein Stadion zu fahren und dort zu drehen und das haben wir gemacht. Wir waren da so einen knappen Tag. Ich durfte ein bisschen mit dem Ball jonglieren, nicht direkt auf dem Rasen, sondern nur am Rand. Aber das war auch schon ganz cool, auch wenn ich da ziemlich versagt habe mit dem Jonglieren, aber es werden natürlich nur die guten Aufnahmen später eingenommen. Wieder geschnitten, ne? Ja, genau. Und ich musste so ein bisschen durch die Ränge laufen und habe dann so ein paar Fragen beantwortet. Ja, und da war noch der Kollege aus der Presseabteilung dabei vom KSC, der hat ein paar Fotos gemacht, hat es dann direkt gepostet. Cool, freue ich mich sehr drauf, finde ich cool. Wenn du da eine Info hast, du wirst es wahrscheinlich ja dann irgendwie über Social Media verbreiten. Wer dir noch nicht folgt, kann das natürlich noch tun auf Twitter, auf Instagram oder wo auch immer. Und natürlich auch deine Videos fleißig verfolgen, wie ich das tue. Nochmal großes Lob an der Stelle für deinen MrWissen2Go-Kanal. Wirklich geil, sehr spannend, auch wirklich cool, wie du da Themen aufbereitest, wie du das mit deinen Kolleginnen und Kollegen da immer umsetzt. Sehr, sehr spannend. Ist für mich bei mir auf Abo, wenn ihr da Bock habt, macht das auch. Du hast mal gemeint, du versuchst immer so viel wie möglich, KSC reinzubringen. Bietet sich natürlich jetzt nicht bei allen Themen an, aber vielleicht laufst du irgendwann mit einem KSC-Trikot ins Bild. Ja, stimmt. Das müsst ihr eigentlich echt mal machen. Ich habe jetzt zu meinem Geburtstag wieder eins bekommen, das aus der letzten Saison, aber irgendwann mache ich das mal. Ich habe auch das Apple-Logo bei mir am Notebook zukleben müssen. Klar, wir zeigen halt keine Produkte, weil wir öffentlich-rechtlich sind und da ist jetzt ein KSC-Aufkleber drauf. Der war schon sehr oft in Szene gesetzt, sodass selbst Martin Wacker da schon aufgeregt ist. Hab ich auch schon gesehen. Insofern werde ich es weiterhin versuchen, den KSC unterzubringen, auch wenn ich mir dann doch manchmal den ein oder anderen bösen Kommentar von einem VfB-Fan einfange, aber das ist es mir wert. Ja, würde ich auch sagen und das überlebt man. Wird man dich denn nächste Saison vielleicht sogar mal im Wildpark antreffen können? Hast du geplant, mal ein Heimspiel zu besuchen mit deinen Kids? Ja, absolut. Ja, definitiv. Zumindest mit der Großen, die Kleinen, mit den zwei Jahren. Ich glaube, die Große hat mich jetzt auch schon ein paar Mal gefragt, wenn wir mal ins Stadion gehen. Wir waren jetzt wegen Corona schon echt sehr zurückhaltend, sind es auch immer noch, aber ja, wenn das Stadion jetzt dann noch mehr Sitzplätze freigibt, sodass man sich ein bisschen weiter auseinandersetzen kann, wobei es wird natürlich alles voll sein, logisch, aber verteilt sich einfach besser auch in der Anreise, dann bin ich definitiv am Start und auf jeden Fall traditionell mit meinem Bruder auch dann in Lautern. Das haben wir vor dem Lautern-Abstieg auch immer gemacht im Stadion. Das ist auch das Coole, wenn man in Mainz wohnt, dann kann man auch hin und wieder mal zu einem Auswärtsspiel, nach Darmstadt zum Beispiel auch, man muss gar nicht so weit fahren. Stimmt, das ist eine gute Lage, das ist relativ zentral, Deutschland. Genau, auch Sandhausen ist relativ nah dran und auch nach oben, Düsseldorf, ist unproblematisch. Ja, wenn es jetzt wieder besser möglich ist, werde ich schon noch häufiger wieder da sein. Cool, ich freue mich sehr, ich freue mich auch sehr, dass du heute dir wieder die Zeit genommen hast und bei uns hier im Podcast zu Gast warst. War sehr cool mit dir, sehr spannend, über unseren Herzensverein zu sprechen. Wer dir noch nicht folgt, liebe Leute, macht es gerne, MrWissen2Go, Mirko macht da wirklich tollen Inhalt mit seinen Kolleginnen und Kollegen und ja, Mirko, ich wünsche dir noch einen schönen Freitagnachmittag, schönes Wochenende. Danke, dir auch. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bis bald. Ja, danke dir, bis bald, mach's gut. So viel zum Gespräch mit Mirko. Ja, viele, viele Baustellen beim KSC, wir haben es thematisiert, Verletzte, der Wildpark wächst, aber vor allem die Verteidigung, unsere größte Baustelle, die es gerade zerbröselt, es ist zum Haare rauf, den Boris, oder? Also, als ob wir nicht vergangene Saison schon extremes Verletzungspech hätten, jetzt auch noch, nur noch zwei gestandene Innenverteidiger zur Verfügung stehen mit Marcel Franke und Daniel Gordon, unserem 37-jährigen Karriere-Oldie. Scheiße, Alter, was machen wir jetzt? We are fucked. Das ist alles, was ich mir denken kann. Also, ehrlich, ich hab diese Meldung gesehen morgens und dachte, das kann nicht wahr sein und jetzt fehlt Felix auch nochmal so fünf, sechs Wochen. Puh, wird schwierig. Kobalt hat sich ja das Sprunggelenk kaputt gemacht und ich glaube, wurde auch schon operiert. und dann Mirkovic hat immer noch Herzprobleme, da weiß ich auch nicht genau, was noch so auf ihn zukommt oder ob es besser wird und logischerweise auch Schocknessy mit dem Wadenbeinbruch bei der Nationalmannschaft, das ist alles nicht optimal und ja, irgendwie kommen wir da nicht weg von dieser verletzten Liste, es kommen immer wieder neue Spieler dazu. Es wird schwierig, vor allem muss man jetzt was machen, also wir können nicht mit zwei Innenverteidigern in die Saison gehen, das wird auch Kreuzer wissen. Ich glaube, die suchen jetzt schon Nachfolge. Ich habe auch gestern gelesen, es sei ein gewisser Spieler vom Erzgebirge Aue im Gespräch, ein Spieler, der aber lange nicht mehr gespielt hat, ich kenne gerade seinen Namen nicht aus dem Kopf. Florian Ballas. Das, genau, das war er. Da habe ich nämlich gelesen, dass da irgendeine Spur hinführen sollte, allerdings war es jetzt so, dass er halt verletzungsbedingt quasi die gesamte Saison letztes Jahr verpasst hat. Von dem her weiß ich auch nicht, ob das wirklich eine Verstärkung ist, dann würde ich lieber doch einen jungen Spieler hochziehen. Ja, bin gespannt. Ich denke, Felix wird nicht allzu lange ausfallen. Ich hoffe, dass er vielleicht so ab dem dritten Spieltag oder so wieder verfügbar steht, je nachdem, wie schwer natürlich die Verletzung ist und wie schnell sie verheilt. aber hinten ist, glaube ich, jetzt viel mehr oder wird viel mehr gefordert, sage ich mal, was Kaderplanung angeht, als vorne im Sturm. Also besagtes Gerücht um Florian Ballas habe ich heute auch gerade eben nochmal nachgelesen. Davon wird auch in der BNN berichtet, dass Kreuzer sich mit aussichtsreichen Gesprächen mit selbigem Spieler befinden würde und ja, der Artikel ist getitelt mit den Zeilen, dass Olli Kreuzer nächste Woche zwei neue Spieler erwartet, nämlich jenen Innenverteidiger, den man jetzt nachholen muss, weil einfach Not am Mann da ist und auch der weitere Stürmer, um erstmal die Personalie Florian Ballas hier ein bisschen abzurunden, gerade mal nachgeschaut, der hat von den 34 möglichen Spielen nur drei gemacht, du hast es gerade angeschnitten, Verletzungspech, ist 29 Jahre alt, 1,96 groß, also auf jeden Fall eine Größe, die man braucht als Innenverteidiger, war bei Dynamo Dresden jetzt zuletzt Erzgebirge Aue, beim FSV Frankfurt und schon bei Hannover und Saarbrücken unter Vertrag, kann ich wenig zu sagen, weil ich den nicht spielen gesehen habe, wenn es ein Spieler ist, der uns sofort weiterhelfen kann, kann es ein Transfer sein, um den man einfach nicht herumkommt, es ist natürlich immer cool, junge Spieler hochzuziehen, Eiche und Zlatan leben das ja auch, haben wir auch gerade mit Mirko besprochen, dass es wirklich eine, auf seine Not eine Tugend gemacht wird, wir brauchen jetzt aber halt einfach für das erste Spiel und vor allem auch für die Testspiele einen Verteidiger, der sofort einsatzbereit ist, der ins Mannschaftsgefühl gepasst, der sich einbringen kann, sodass du am ersten Spieltag einfach hinten drin an deiner größten Baustelle, was die Innenverteidigung ist, einfach nicht ein vollkommenes Hayakiri hast und wenn er der Spieler ist, der wieder fit ist, der Erfahrungen mitbringt, mit 29, auch noch in einem okayen Alter, 1,96 Größe, warum soll er es da nicht sein? Ja, stimmt, ich frage mich halt jetzt aktuell, wenn man jetzt diesen Spieler nicht holt, dann hast du halt aktuell nur zwei fitter Innenverteidiger, wie gehst du dann das Training an? Na, weil du kannst dir es nicht leisten, dass sich nochmal einer verletzt und als Innenverteidiger musst du halt richtig in die Zweikämpfe und das ist jetzt ja, keine Position, wo man jetzt, ich sag mal, wenig Körperkontakt hat und da kann halt auch vieles passieren und wir haben ja ein paar Testspiele und ein paar Testspiele gegen auch unterklassige Teams, die halt manchmal gewisse, ich sag mal, Körperbewegungen machen, die ein Profi nicht so wirklich macht, da ist natürlich die Verletzungsgefahr auch wirklich hoch. Ich hoffe natürlich, dass sich Marcel Franke und Daniel Gordon gar nichts holen und auch das Trainingslager richtig überstehen und nicht mit irgendwelchen Wehwehchen nach Hause kommen, weil dann wird es schwierig, dann wird es echt schwierig. Dann wird es, bitte. Und ja, und wenn der Florian Ballas, heißt der? Ja, genau. Genau, wenn der kommt, dann ist das natürlich ein super Backup, aber nach und nach werden die Innenverteidiger ja wieder zurückkommen. Dann wird man halt sehen, was aus dem Spieler wird. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel Riccardo van Rheyen auch geholt, weil wir auf der Position ich glaube zwei, drei Verletzungen hatten. Tja, ich weiß nicht, da muss sich der Spieler selbst irgendwie entscheiden, okay, gehe ich jetzt da hin, spiele zwei, drei Spiele und dann setze ich mich auf die Bank für den Rest der Saison oder ich gehe in die dritte Liga und werde da vielleicht Stammspieler. Also ich weiß nicht, wie ich mich als Spieler da fühlen würde, wenn ich weiß, ich werde jetzt geholt, weil da vier Spieler ausfallen. Ja, wird sich zeigen, wird sich zeigen. Ich kann über den Spieler halt auch nicht viel sagen. Ja, aber überleg mal, also Kobi, sorry, wenn ich mich kurz unterbreche, Kobi und Daniel fallen noch ein Vierteljahr aus, das sind drei Monate und Felix wird die komplette Vorbereitung nicht mitmachen können und von allem dem, was wir wissen und gehört haben, braucht er einfach Routine, ja, wenn ihm diese Routine jetzt auch noch abgeht, weil er sie nicht im Training oder in der Vorbereitung hat, dann bist du jetzt ja zum Handeln verdammt. Also du kannst jetzt ja nicht sagen, wir gehen mit zwei Innenverteidigern in die Saison. Genau das, was du gesagt hast, da muss ein Zweikampf im Training nochmal blöd laufen oder einer muss umknicken, zack, schon muss ein Tim Breithaupt in die Innenverteidigerposition gehen und du hast keinen Sechser mehr. Ja, das würde ja aber dann heißen, dass die Spieler erst zurückkommen, wenn die Saison im Winter wieder beginnt, also im Februar, weil ich glaube, Mitte November ist ja schon Schluss. Ich glaube jetzt nicht, dass Kobalt bis dahin Stammspieler ist und komplett fit ist, außer, weiß nicht, ja gut, ich weiß jetzt auch nicht, wie weit die ganze Reha-Phase ist und so. Bei O'Shaughnessy kommt auch drauf an, was für ein Bruch das ist oder gewesen ist. Die geben ja nicht viel Infos breit, aber gut, wenn jetzt nochmal drei Monate fehlen, dann hast du den gesamten August, September, Oktober und dann hast du nur noch zwei Wochen im November. Anfang November. Anfang November haben wir, ich glaube, zwei, drei Spieltage und dann ist WM und dann ist nichts mehr bis Februar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Natürlich kann es auch sein, dass sich während der Saison nochmal einer verletzt und wird es auch schwierig. Auf der anderen Seite ist das Transferfenster, glaube ich, noch bis Mitte, Ende August offen. Ich habe es gerade auch noch mal im Kopf, aber man kann mal hier und da nachjustieren und je näher man sich Richtung Deadline-Day bewegt, desto mehr kann man sich vielleicht auch nochmal einen Spieler holen, der sich noch mit keinem Verein geeinigt hat. Und ja, aktuell ist es ja so, viele Vereine versuchen ja noch irgendwo eine Ablöse zu holen, genauso wie mit Giannuller von Bochum. Dadurch, dass er noch ein Jahr Vertrag hat, können wir ihn nicht ausleihen und eine Ablösesumme wäre fällig, die wir natürlich nicht stemmen können, von dem her ist die Personalie erstmal vom Tisch. Aber man wartet trotzdem, weil es kann ja auch sein, dass sich Bochum oder der Spieler mit einem anderen Verein nicht wirklich einigen kann und dann sagt man ja, okay, dann ist es eine kleinere Ablöse oder man einigt sich auf irgendwas anderes. Das kann natürlich auch passieren, aber du hast jetzt schon gesagt, nächste Woche kommt eventuell schon ein neuer Stürmer. Wer könnte das denn sein? Ja, wer könnte das denn sein? Da sind vor allem gerade zwei Namen relativ heiß gehandelt, zum einen Anthony Uja. Du hast auf Twitter auch schon mal genau das verkündet. Ja, der hat schon mit Eiche zusammen bei Köln gespielt, das sagt schon einiges darüber aus, wie alt der junge Mann ist, 31. Bei Union Berlin unter Vertrag, noch bis Ende der Saison, also wäre ablösefrei, also bis Ende dieser Spielzeit. Ja, also der hatte schon gute Zeiten bei Köln und Bremen, wenn ich es richtig im Kopf habe. der weiß schon, wo das Tor steht, ist aber jetzt mit seinen 1,80, wenn ich es richtig gesehen habe, auch kein Spieler, der ein, ja, also ein gleiches System zulassen würde, wie es unter, mit Philipp Hoffmann gespielt wurde. Von daher müsste man dann da wahrscheinlich auch nochmal das System umstellen, wobei ich jetzt auch gelesen hatte, dass das sowieso der Plan ist. hatte Fabian Schleusner im Interview jüngst gesagt, dass da auf jeden Fall Überlegungen gibt, Variable zu sein, mehrere Systeme spielen zu können. Aber wenn so ein Anthony Uja, wenn der sagt, er macht noch eine Saison oder zwei und man wird sich einig und es ist ein Spieler, der, ja, also der Erfahrung hat, der weiß, wo das Tor steht, der erfolgreiche Zeiten hatte, ist halt kein Spieler, wie zum Beispiel der junge Bochner, über den wir berichtet haben. Jan Wula. Der Name nicht präsent. Jan Wula, genau. Da wäre natürlich eine Ablöse fällig, sprich, der fällt schon wieder fast raus, weil er noch ein Jahr Vertrag hat im Bochum. Ja, und dann ist halt die Frage, also wahrscheinlich hättest du auch lieber so jemanden wie ein Jan Wula, der 25 ist, wenn ich es richtig im Kopf habe und einfach noch ein bisschen agiler, noch ein bisschen mehr Potenzial hat, um sich weiterzuentwickeln. Ich weiß es nicht. Es ist einfach extrem schwierig, weil wir so sehr darauf angewiesen sind, dass es finanziell halt auch passt und das ist schon irgendwie eine ziemliche Hemmung und das ist schon schwer, dass man, also natürlich muss seriös gewirtschaftet werden, keine Frage, aber ich wundere mich dann doch, dass wir wirklich so wenig finanzielle Möglichkeiten haben, um den Etat dann doch irgendwie ein Stück weit zu erweitern und die Situation um Philipp Huffmann ist auch nicht seit gestern bekannt. Ein zweiter Name ist noch zu lesen, Simon Makinok von St. Pauli, der allerdings immer mal wieder Probleme mit seinem Knie hat, was man oft gehört hat. Daher ist es halt schwierig. Also der hat zwar die Größe, der könnte so eine Art Ballableger sein da vorne im Zentrum, aber ja, also der hat immer mal wieder Probleme mit seinem Knie gehabt. Ich weiß nicht, ob das einer ist, der immer durchweg durchspielen kann. Es ist schwierig. Also, einen Spieler zu holen, der womöglich nicht mal den Medizincheck schafft, ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn macht. Also dann ist er sowieso gar keine Option. Ich glaube, wir dürfen auch eine Sache nicht vergessen und du hast den Spieler gerade angesprochen. Fabian Schleusner hat jüngst in einem Interview gesagt, ey Leute, nicht vergessen, ich bin ja auch noch hier. Es wird viel geredet über einen Nachfolger für Huffmann und wer kommt, wer geht, keine Ahnung. Aber wir haben ja noch Schleusner und er ist auch ein Top-Stürmer und hat jetzt auch im letzten Testspiel einfach mal vier Buden in einer Halbzeit gemacht. Ja, es war irgendeine mittelbadische Auswahl, aber es ist halt trotzdem das erste Testspiel und du kannst halt nur das bespielen, was auf der gegenüberliegenden Seite steht. Und er hat es halt gemacht. Für mich ist Schleusner gesetzt, aber ich finde, wir sollten schon darüber nachdenken, das System so zu gestalten, dass wir zwei potenzielle Sturmspitzen haben, die auf jeden Fall spielen können. Malik Badmas ist einer, der hatte auch gute Phasen, aber von dem habe ich mir eigentlich auch ein bisschen mehr erhofft, um ehrlich zu sein. Da kam noch mal Verletzungspech dazwischen, aber den ganz großen Durchbruch hat er jetzt auch noch nicht geschafft. Muss ich halt auch so mal vorstellen. Ja, sehe ich auch, aber ich habe halt das Gefühl, es ist schwierig, überhaupt an Spielzeit zu kommen, weil erstens, du hast halt einen Hofmann gehabt, an dem kam keiner vorbei und wenn da einer vorbeikommt, dann ist es Schleusner, weil Hofmann entweder gesperrt oder verletzt ist und dann kommt Badmas und jetzt hast du halt die Möglichkeit, dass man eventuell Doppelspitze spielt und mit Schleusner zusammen vorne, das kann ich mir schon vorstellen, dass Badmas nochmal explodiert, weil der hat hier und da schon mal gezeigt, was er kann. Hat sich ja nach seinem Doppelpack damals, ich glaube gegen, war das gegen Aue? hat er sich ja am Spiel, Regensburg, weiß ich nicht, er hat jedenfalls zwei Tore gemacht. Nee, Heidenheim, Heidenheim. Ah, ja, Heidenheim, ja, Heidenheim und dann hatte sich das Sprunggelenk verletzt und dann war er eine Zeit lang weg. Aber auch da kann ich mir vorstellen, dass Malik jetzt nochmal richtig anzieht. Ich glaube, das ist bei jedem Spieler so, ja, eine neue Saison, ein neues Glück. Du willst einfach von Null beginnen und ja, die Saison beginnt von Null für alle Spieler und da kann ich mir schon vorstellen, dass sich auch Malik nochmal reinbeißen wird. Aber es ist natürlich gar keine Frage, dass wir noch einen weiteren Stürmer benötigen. Und ich glaube, wenn Kreuzer und wenn Aichner nach einem neuen Spieler suchen da vorne drin, dann schon, weil sie einen brauchen und weil sie damit dann planen. Auf der anderen Seite hat man ja auch oft gehört, man muss flexibel sein, man muss sich auch in einem anderen System wohlfühlen und das ist ja wahrscheinlich etwas, was die Jungs jetzt trainieren werden. Auch Kai Eisele hat gesagt, er hat vorher bei Halle, glaube ich, oder bei Düsseldorf ja auch schon Dreierkette gespielt oder Düsseldorf hat Dreierkette gespielt und fühlt sich damit auch sehr wohl und ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Jungs das trainieren. Jetzt ist das Problem, aber du hast nur zwei Innenverteidiger, wie willst du das denn dann überhaupt trainieren, wenn deine Stamm- Innenverteidiger fehlen? Das ist halt auch etwas, was die ganze Vorbereitung für Aichner sehr schwer macht. Es bleibt spannend, aber ich habe trotzdem meine Sorgen, weil ja, wenn man das versucht, mal realistisch einzuschätzen, jetzt mit den Verletzungen noch und man immer noch nicht weiß, welcher Stürmer kommen wird, schwierig, aber man darf auch nicht vergessen, ja, Hoffmann kam auch zu uns als, ich sage mal, Wandervogel und ein Stürmer, der es nicht wirklich geschafft hat, durchzubrechen bei den Mannschaften und bei uns ist er durch die Decke gegangen. Das Gleiche ist er damals mit Kuhn van der Bietzen passiert, mit Rufen Hennings, Marvin Poirier, das Gleiche. Also ich glaube, beim KSC kann irgendwie jeder, ich sage mal, Stürmer in schlechter Form zum Stürmer mit Superform werden. Von dem her, ja, wenn wir jetzt einen Stürmer bekommen, der vielleicht hier und da nicht gut gespielt hat oder vielleicht ein Jährchen zu alt ist, dann sollten wir uns da echt keine Sorgen machen und den Spieler trotzdem einfach willkommen heißen und hoffen, dass er das ein oder andere Tor für uns schießt, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, die ganzen Stürmer, die bei uns waren in jüngster Zeit, die waren bei ihren vorherigen Vereinen auch nicht wirklich die Bombe. Ja, und da müssen wir, haben wahrscheinlich auch keine andere Wahl, als einfach Eichel und Zlatan und dem restlichen Trainerteam zu vertrauen, dass sie aus den Möglichkeiten, die sie haben und aus dem Spielematerial, das sie haben, das Beste rausholen werden. Das Beste rausholen, Boris, müssen wir auch schon gleich in den ersten vier Spielen, denn heute am 17. Juni um 12 Uhr mittags kam der Spielplan raus und es steht fest, wer für uns, ja, wer wann für uns auf der Agenda steht als Gegner und lass uns doch einfach mal so die ersten vier Spieltage ein bisschen angehen und ein bisschen mal anschauen. der KSC trifft mal wieder in einem Auswärtsspiel zu Beginn in Paderborn auf seinen ersten Gegner, hat mich ja schon angekotzt, dass das erste Spiel wieder kein Heimspiel ist. Seit fünf Jahren schon so. Ich kann mich nicht erinnern, fünf Jahre, oder? Das ist echt verrückt, als ob es System hätte. Auf jeden Fall treffen wir am 16. oder 17. Juli auf den SC Paderborn in Paderborn, treffen dort auf Altbekannte wie Robin Bormuth und Lukas Quasniok. Zweiter Spieltag ist dann das Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg, den Aufsteiger. Ist auch das Wochenende von das Fest, also auch ziemlich doof gelegt, aber die DFL wird sich schon was dabei gedacht haben. Dritter Spieltag auswärts beim Bundesliga-Absteiger Kreuter Fürth, 5. bis 7. August. An diesem Wochenende findet das statt und der vierte Spieltag ist dann wieder ein Heimspiel gegen den SV Sandhausen, 12. bis 14. August. Ja, wenn man sieht, das so anguckt, gleich mal zwei Heimspiele hintereinander, die wir eigentlich beide gewinnen müssen, oder? Absolut. Magdeburg ist halt ein Aufsteiger und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass ein Aufsteiger generell sehr aggressiv spielt und sich halt nicht verstecken möchte und Magdeburg bringt halt auch laute Fans mit. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass vor allem das erste Heimspiel dann richtig fetzen wird, was Stimmung angeht. Ja, und dann das zweite Heimspiel gegen SV Sandhausen, es wird schwierig, gegen die haben wir uns in letztem... Da werden keine Fans mitkommen, die Stimmung machen. Ja, aber auch da ist es wichtig, dass wir wenigstens Stimmung machen. Das Problem ist halt, Sandhausen bringt vielleicht ja, keine Fans mit, die Stimmung machen, aber die bringen elf Spieler mit, die gegen uns am Ende wahrscheinlich gewinnen werden. Warum sage ich das? Ja, weil Sandhausen irgendwie gefühlt immer den längeren Hebel hatte gegen uns in jüngster Zeit. Wir haben uns immer sehr schwer getan gegen die und das sind für mich halt keine Save-Six-Points mehr, sondern das sind dann schon fast vielleicht One-Point-if-anything. Das wird schwierig, Niklas. Ja, bitte. Sandhausen ist halt auch so eine Wundertüte, aber wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Vielleicht ändert sich ja das eine oder andere Feeling. Wichtig ist, dass wir im ersten Spiel in Paderborn richtig auftreten, so dass wir das Spiel mehr oder weniger auf unsere Seite ziehen können. Paderborn hat sich auch gut verstärkt, vor allem in der Defensive haben sie Robin Baumuth geholt. Es ist auch unfassbar lustig, dass ausgerechnet das erste Spiel gegen Robin ist. Wir haben ja schon mit ihm vorhin ein bisschen gequatscht darüber. Es ist einfach lustig. Und Robin spielt dann als nächstes gegen Fortuna Düsseldorf. Offensiv waren die immer stark. Auch offensiv sind die sehr stark. Die haben auch offensiv immer, immer richtig viel Gas gegeben. Ja. Wird auf jeden Fall ein Spektakel. Und Quastenio kennt den KSC halt auch. Ja, total, absolut. Also da wird uns auf jeden Fall eine richtig, richtig schwere Aufgabe erwarten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Du hast es gerade angesprochen. Magdeburg kommt mit Fans. Wir haben ja auch euch Fans gefragt, wie ihr so die ersten vier Gegner beurteilt. Hat eine kleine Umfrage auf Instagram am Laufen. Und zuerst natürlich erstmal vielen Dank für eure Wortmeldungen. Viele Kommentare sind bei uns eingetroffen. Wollen wir vielleicht mal so ein paar exemplarisch rausholen und rauspicken und darüber sprechen. Denn eure Meinung ist natürlich hier auch sehr wichtig. Und die wollen wir hier natürlich auch zum Besten geben. Der Knipp schreibt zum Beispiel machbar für ihn die ersten vier Spiele. Magdeburg bringt Fans mit. Also da auch wieder gute Stimmung bei uns. Sandhausen tun wir uns immer schwer. Also das klingt so wie ja, Sandhausen hat da so eine ähnliche Einstellung wie du. Dass man sich da auf jeden Fall schwer tut und das auf jeden Fall gar kein Selbstläuser ist. Ja, es gibt viele Kommentare. Jules schreibt auch gegen Magdeburg wird es laut. Schwieriger Start, schreibt der Beinharty. Aber Magdeburg zum Heimauftakt ein Traum. Also der geht absolut von einem Sieg aus. Eigentlich müssen wir das Ding ja auch gewinnen. Weil ich, also ganz ehrlich, ich bin beim ersten Spieltag in Paderborn, bin ich pessimistisch. Da muss schon viel richtig laufen, wenn wir da einen Punkt mitnehmen wollen. Und dann musst du halt gegen Magdeburg deine Punkte holen. Also absolut allgemein gegen die Absteiger musst du deine Punkte holen. Oder wie siehst du das? Gegen die Aufsteiger meinst du? Die Aufsteiger in dem Fall. Genau. Weil der Absteiger kommt ja danach und die sind ja bekanntlich auch nicht wirklich ungefährlich. Aber ich sehe das, ich sehe das ähnlich wie du. Das ist halt schwierig. Also zum einen ist es natürlich noch ein bisschen früh, irgendwelche Prognosen zu machen. Aber wir wissen halt, dass Paderborn sich gut verstärkt hat und dass es letzte Saison ja auch sehr munter hin und her ging in den beiden Spielen. Und Magdeburg ist halt, wie schon gesagt, ein Aufsteiger mit Ambitionen und die wollen sich halt auch nicht verstecken, wenn die mit Fans und Euphorie da hochkommen und dann wird es schwer. Also wir müssen wirklich 100 Prozent geben und die nächste Saison wird kein Selbstläufer wie gefühlt jedes Jahr. Aber dieses Jahr wird noch schwerer. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir da oben mitspielen. Ganz im Gegenteil. Obwohl große Namen fehlen wie Schalke und Bremen. Absolut. Aber dann wiederum, das macht es halt nochmal enger, weil da sind irgendwie gefühlt viele Mannschaften auf selbem Niveau und wenn du halt mal einen Spieler oder zwei nicht hast, weil sie verletzt sind, dann wird es sowieso schwierig und gegen so Mannschaften wie Magdeburg, Fürth, Kaiserslautern, Bielefeld, ich weiß nicht, wie ich uns da einordnen soll. Ich glaube, es ist ja sowieso, dass man so zwei, drei Wochen braucht, zwei, drei Spieltage, bis man vielleicht ein kleines Gefühl hat, was passieren kann. Bis Routine reinkommt. Routine ist ein großes Wort, das ist richtig und die Mannschaft muss bei jedem Spiel über die Leistungsgrenze hinausgehen, damit wir weiterhin konkurrenzfähig in der Liga bleiben, weil ich habe echt keine Lust da, irgendwie am Ende letzter oder vorletzter zu werden. Ich glaube, das hat keiner. Aber ich bin mir auch sicher, dass natürlich das Trainerteam die Jungs vor dem ersten Heimspiel beziehungsweise dem ersten Auswärtsspiel, was ja dann unser Auftakt ist, gut einstellen wird und dass die Mannschaft wirklich heiß drauf sein wird, da bin ich mir auch sicher. Ja, auf jeden Fall und gerade so die Spiele gegen Magdeburg und Sandhausen, das sind so zwei Teams, die ich jetzt eher in unserer Region verorten würde, also in der unteren Tabellenhälfte auf jeden Fall. Der Heizer 92 schreibt auch gleich mal Standortbestimmungen. Also es wird schon relativ klar sein, wie du gegen diese Teams auftrittst auch, wie viele Punkte du da mitnimmst, auch wenn es jetzt nur die ersten vier Spieltage sind und die Saison lang ist, keine Frage, wird es auf jeden Fall schwierig. Der Oliver schreibt zum Beispiel, wird Soda so eine harte Saison vom ersten Spieltag an 100 Prozent geben, da sind wir genau dem, was bei du auch gerade angesprochen hast. Also sofort Vollgas geben und alles reinhauen, was ist und dann einfach nach den ersten vier Spieltagen nochmal gucken, okay, wie sind wir aufgetreten, wie ist das Personal und dann wird man schon vielleicht so eine kleine Idee davon bekommen, wie wir aufgestellt sind, wie wir jetzt natürlich oder mit welcher Mannschaft wir diese vier Spiele bestreiten werden, steht jetzt natürlich noch nicht ganz fest. Wir hatten es ja gerade angesprochen, nächste Woche soll es nochmal zwei Spieler geben. Wir warten auf jeden Fall gespannt darauf und am 25. Juni geht es dann für den KSC ins Trainingslager nach Österreich. Da wird es wichtig sein, Mechanismen aufzubauen, Routinen aufzubauen, den Spielern die Spielidee mitgeben, Dinge verinnerlichen und die neuen Spieler zu integrieren, sodass wir da eine möglichst starke Einheit haben beim ersten Spiel in Paderborn am 16. oder 17. Juli, wenn es dann soweit ist, um da einfach möglichst gut aufgestellt zu sein von der Truppe her. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt irgendwie auch nicht mehr die Testspielgegner im Kopf. Bin gespannt, ob das... 60 München, Saarbrücken und noch ein anderer Drittligist. Aha. Wiesbaden ist nächste Woche. Tja, aber es kann ja sein, dass da spontan noch was anderes herkommt. Ich glaube, jetzt am Mittwoch kommt doch Kautschinski in den Wildpark, ne? Mit Wiesbaden. Ja, genau, stimmt, Wiesbaden noch. Ja, das ist dann... Und ich glaube, Werder Bremen ist noch ein Testgegner. Das wurde erst jüngst kommuniziert. Oh, ja, das ist doch mal ein Härtetest. Das kann man mal so mitnehmen. Das ist das, was ich vermisse, weißt du. Wir können gegen was weiß ich Auswahl Mittelbaden oder TSV Mutschelbach oder was weiß ich SSV Ettlingen, keine Ahnung, Ettlingen-Weier, Oberweier, Sulzbach und die ganze Geschichte. Da habe ich ja mal früher gekickt. Grüße an alle, die da auch mal gespielt haben. Wenn du gegen die testest, jetzt kein Disrespekt an die Mannschaften, aber dann... Ja, es ist nice to have, aber es bringt dich halt nicht so unfassbar weiter. Es gibt dir vielleicht 90 Minuten, aber es gibt dir jetzt auch nicht wirklich, ich sage mal, konkurrenzfähigen Fußball oder einen konkurrenzfähigen Gegner, wo du halt wirklich mal testen kannst. Das ist halt dann schon wichtig. Jetzt hast du Drittligisten, die spielen halt keinen schönen Fußball. Wird schwierig, ja, und dann aber Werder Bremen, Aufsteiger, das ist dann doch schon etwas, was man eher haben möchte als Gegner in einem Test. Das ist auch voll okay und ja, auf der anderen Seite willst du natürlich jetzt auch nicht irgendwie nur gegen große Gegner spielen und dann irgendwie alle Testspiele verlieren, weil auch das ist dann ein bisschen schlecht für die Moral, so ist es nicht. Aber natürlich, völlig klar, es ist ja jedes Jahr dasselbe. Die ersten zwei, drei Testspiele sind erstmal gegen unterklassige Gegner, dann wird es eher so Richtung unser Niveau. Nun mal, ich glaube, letztes Jahr hatten wir so einen Hochkaräter wie St. Petersburg und so und dieses Mal wird es halt ja, was anderes sein. Aber in Österreich wird trainiert. Gehst du übrigens hin? Ist ja nicht weit weg von dir, oder? Ich weiß es noch nicht. Müssen wir nochmal schauen. Es sieht gerade schlecht aus vom Terminplan her. Ich hatte es ja vor, es ist nicht so mega weit beim Auto. Vielleicht schaue ich mal einen Tag vorbei. Ich denke, ich werde das relativ spontan entscheiden, aber natürlich werde ich das dann früh genug kommunizieren und so viel wie möglich dann berichten. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, deswegen möchte ich es nicht versprechen. Aber auf jeden Fall behalten wir die gesamte Situation im Auge um den KSC. Gucken immer, was ist los um den KSC, halten die Augen auf, sind gespannt darauf, welche Spieler jetzt den Kader kompletieren werden nächste Woche und werden auf jeden Fall weiterhin für euch am Ball bleiben. Ich würde sagen, Boris, wir melden uns vielleicht nach dem Trainingslager nochmal, wenn wir ein paar Testspiele gesehen haben, wenn wir ein paar Eindrücke haben von den Neuzugängen, werden wir ein paar Eindrücke haben, wie die Spieler so drauf sind, werden natürlich auch da die Testspiele verfolgen und uns da Gedanken machen und Notizen machen und werden dann mit uns nochmal mit einer detaillierten Folge nach dem Trainingslager melden, bevor dann der Liga-Start losgeht. Absolut, ich glaube, das klingt nach einem guten Plan. Mach mal so. Die Aussage, oder? Ja, ja. Alla, dann nochmal vielen Dank für eure rege Anteilnahme an den Umfragen, für eure Meinungen, für eure Feedbacks. Auch die, ich habe gesehen, die vergangene Folge, unsere große Saisonrückblicks Folge hat euch sehr gut gefallen, das freut uns natürlich, da haben wir uns extra mehr Zeit genommen, haben auch sehr, sehr viele Leute zugehört, das freut uns natürlich, wir freuen uns über jeden Einzelnen, der zuhört und über jede Einzelne, von daher sage ich jetzt einfach nur noch schöner Abend, schöner Mittag, schöner Morgen, egal wie viel Uhr es gerade bei euch ist, wir bleiben am Ball, wir hören uns bald wieder, Boris, bleib gesund. Eben so. Bis demnächst und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dir auch, schönes Wochenende, viel Spaß im Kino. Merci, ade. Ciao, ciao.